Hallo, ich grüße euch. Ein neues Video von uns Dachdecker-Eigert. Ja, heute zum Thema einfach mal über uns, über Dachdecker-Eigert. Wer sind wir, was machen wir und was macht uns aus, beziehungsweise die Besonderheit von uns. Ja, also, wer sind wir? Wir sind ein Dachdeckermeisterbetrieb, haben einen Standort in Armsheim, sind seit Ende 2018 auf dem Markt und meinen Meister habe ich Anfang 2018 fertig gemacht und habe mich dann am Ende dazu entschlossen, mich selbstständig zu machen. Wir sind also ein neu gegründetes Unternehmen, haben momentan fünf Mitarbeiter, darunter ein Lehrling und sind dabei, uns hoffentlich für euch weiter auszubauen und auch einen hohen Standard an Qualität lieben zu können. Was machen wir? Ja, was macht ein Dachdecker? Entschuldigung, was macht ein Dachdecker? Also wir machen Steildach, Flachdach, Dachfenster, Reparaturen, Spenglerarbeiten. Das wäre so der Oberbegriff, die Sachen, die wir so rundum machen. Wir machen aber natürlich auch Bodenbeläge. Wir machen auch Fassadenarbeiten mit so Dressbarplatten zum Beispiel, HPL-Platten oder verschiedene Materialien. Wir machen auch Metalldächer. Also wir sind da sehr, sehr aufgebaut, sehr, sehr gut aufgebaut, um die verschiedenen Bereiche abzudecken. Also wenn Sie irgendwas haben, wenn ihr was habt, wenn ihr Informationen wollt, schreibt es in die Kommentare zu den verschiedenen Sachen. Fragt ruhig. Vielleicht habe ich was vergessen, was auch noch bei uns natürlich mit drin ist. Wir machen auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel Dachwartung natürlich auch. Da muss man natürlich auch nochmal gucken. Ein Video mache ich dazu auch noch. Dachwartung, warum das so wichtig einfach ist. Was macht uns aus oder warum sind wir so besonders? Zum einen, wir sind doch ein relativ junges Team. Natürlich alle geschult. Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, dass meine Mitarbeiter und ich sehr stark geschult sind. Durch die Pandemie ist es dieses Jahr natürlich sehr, sehr eingeschränkt gewesen. Wir konnten nur am Anfang des Jahres noch eine Schulung machen. Aber Schulungen sind wichtig. Qualifizierte Mitarbeiter sind sehr, sehr wichtig. Das ist natürlich meine Philosophie. Denn erstens, ihr habt gute Qualität, ihr kriegt gute Qualität für euer Geld und das Personal ist so gut geschult, dass es zu 99% weiß, was es zu tun hat und tut natürlich mir die Arbeit auch noch erleichtern. Dann auch noch, wir sind ein TÜV-geprüftes Unternehmen, also TÜV Süd hat uns, ich blende es da mal hier unten ein, TÜV Süd hat uns geprüft, zertifiziert. Das heißt, wir dürfen von Bauder, mit Bauder-Produkten natürlich, weil wir sind ja Bauder-Partner auch, mit Bauder-Produkten Sicherheitsdächer anbieten. Sicherheitsdächer sind für größere Flächen, so ab 450 Quadratmeter ungefähr. Und der Vorteil eines Sicherheitsdaches, ihr habt 20 Jahre Gewährleistung auf das Dach. Ganze 20 Jahre, was natürlich extrem viel ist. Und das dürfen nur Firmen oder Unternehmen ausführen, die wirklich vom TÜV Süd zertifiziert wurden. Also man musste eine Prüfung ablegen, man wurde richtig geprüft vom TÜV Süd. Und mussten gucken, okay, passt es, was der Mitarbeiter, das Unternehmen da geleistet hat, entspricht es den Anforderungen, die wir erfüllen sollen. Und ja, wir sind es, ich blende es wie gesagt ein, ich mache da ein Foto von und blende es dann im Video ein. Und dann habt ihr es nochmal drinnen. Ja, das macht uns natürlich was aus, also sehr, 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 sehr gut aus, im Gegensatz zu unseren Kollegen. Wir fahren da so ein bisschen an eine andere Schiene. Sie können, ihr könnt jedes Mal vorbeikommen. Am besten natürlich vorher anrufen. Wir haben im Vorgang Modelle, wo man sich angucken kann. Man kann natürlich auch das Lager mal besichtigen. Es wird auch sehr, sehr viele, wenn die Pandemie endlich vorbei ist, wieder Feste geben, Hoffeste geben, ein bisschen Vorstellung geben und so weiter und so fort. Ich hoffe, 2021 können wir das dann durchführen. Mache ich natürlich nochmal eine Ankündigung. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert uns, Fragen, wie gesagt, schreibt es in die Comments unten rein. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute erstmal bis dahin. Bleibt gesund und munter und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.